jetzt kommt zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2 im letzten Bad haben wir eine ganze Galaxie geschafft und noch diese Steinfelsen Bohrgalaxie fertig gemacht haben wir hier noch keine zu übergrönen? Ne, warum nicht? Ach egal, dann, Watte-Wolkengalaxie ich hoffe, die schaffen wir heute in diesem Port und zwar mit, wo steckt der Kapitän des Suchtrupps? den müssen wir anscheinend finden anscheinend voll oh, da ist er ja! Nein! Mit Angst, wir müssen ihn finden das ist eigentlich nur bekommen, weil wir sehen ja schon fast, wo der ist Hallo, du kleines Vögelchen Hallo, du kleines Vögelchen Hallo, du kleines Vögelchen Gut Da haben wir als erst mal den Wolken-Mario Holtest du Wolken-Mario? Schüttel die wie Fernbedienung, um bis zu drei Wolken-Plattformen zu erzeugen Ist schon Okay Dann werde ich jetzt versuchen auf diesen Baum drauf zu kommen was nicht allzu schwer ist und mit dem Reisen nach hier Okay Ganz viele Münzen Es gibt neuerdings auch Loomers, die München wollen Wow, ich hab's echt geschafft 48 Ja Ne, 100 Mann, lege ich mich lieber nicht Okay Dann brauchen wir noch mehr Münzen 100 Münzen Dann kommen wir hier runter Ja Okay Let's sammle together 100 Münzen Okay Okay Keine Münzen drin Schade Also Okay Nein Bo That was schlau Gibt's die Münze? Ey Guck mal hier Ja, du gibst die Münze Sehr schön Guck mal noch mehr Ich hab jetzt schon 40 da oben gesammelt So viele So viel Ah Hier sind wahrscheinlich sehr viele Münzen drin Guck ich mal Ah ja, das war dieses Spiel Nein Oh doch Ja, ich hab's an, deswegen Hält ihr das gerade? Nein Jetzt können wir es nicht mehr schaffen, oder? Wie viele Münzen haben wir jetzt? Och nö Ich will dich aber ich hoffe 79 Gibt's ja auch 20 Münzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Die letzten 20 gab's da Okay Dann werden wir jetzt die Mission machen Und danach werden wir dann in der nächsten Mission versuchen diese Mission zu machen In dem Fall steht, was ich damit sagen wollte Okay Haben wir halt jetzt ein bisschen sehr viel Zeit verschwendet Wir haben noch gar keine Mission in dem Part geschafft, ne? Okay Schon fast bei 10 Minuten Wir haben eine Mission Wir haben keine Mission Das kann doch eigentlich sein Wird schon so lange hier hängen Wird schon so lange hier hängen Komm schon Oh, soll ich das vielleicht noch machen? 15 Münzen ist schon viel Ich mach einfach das nächste Mal, wenn ich hier bin Okay 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 94 Jetzt gibt's eh keinen Weg mehr zurück Hey Hey Ich könnte mich nicht aussammeln Krass Oh, jetzt gibt's hier so viele Münzen So Ah Jetzt kommen wieder Böse Dingens Blau Genau Schatten Marius Nein Ich glaub die heißt noch Richtig Sie haben auch richtigen Namen Wo ist das letzte Teil? Hier nicht Oh Sind sie alle kaputt? Oh Oh Gut Da ich das gerade noch mal gesehen hab Okay Was heißt dann? Was? Dreiersprung Komm Hä Der kennt doch Der kann doch dreiersprung, oder? Hä Meine ich doch Meine ich doch Okay, das geht Komm schon Wie schnell soll ich denn drücken? Hä? Komm schon Komm schon Ich glaub wir schaffen diesen Part nur eine Mission aber Alter Komm schon Das kann doch nicht sein Niemals Hä? Hä? Warum geht das nicht? Hä? Hä? Eben, das muss jetzt auch rückkehrs gehen Eben Eben Kommt man da nicht hoch? Probier's nochmal Doch Keine Ahnung warum es jetzt die ganze Zeit nicht geklappt hat Ich glaub ich bin Ziemlich kracke Aber egal Oh lol Ah lol Ich hab die ganze Zeit auf die falsche Anzeige geguckt Deswegen dachte ich Wäre der Part schon so gut wie vorbei Ne Leute, ist doch nicht Ich hoffe mal ich hab dich im letzten Part schon so da drauf Ne, kann nicht sein, da haben wir ganz viel Schafft Ich schätze mal die Kometen Münze steht jetzt nicht als eingesammelt Obwohl doch Spawn ja hier So Okay Wie kommen wir denn jetzt vorbei? Ganz einfach So So Wie kommen wir jetzt weiter? Sehr schön hoii Nein, nennennennennennennenn Achso Ich kann mir die Wolke jetzt nochmal holen Wolke Wolke Keuch, mein Affe mit Sonnenbrille hat mich Schnauf zu einem Rennen herausgeworden, dann uff. Hilft mir, hilft mir, rette mich, Keuch, Ehre, mein Käpt'n, sollte Schnauf wirklich besser in Form sein. Okay. Okay. Dö, dö. Hallo. Oha, ich habe diesen verrückten Pilzkopf erwarten, nicht echt. Na, wie es dem auch sei. Scheint es bei dem Würde, der Gewalt im Gipfel stürmt zu sein. Denn dieses Wanderer-Abzeichen als Preis dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Also bis dahin ein tüchtiger Bergsteiger. Voll der coolen Move. Okay, natürlich, dass wir in dem Partner einstehen. Ich habe auf die Frames geguckt. Und die waren schon bei 9.000. Deswegen hätte ich mich gewundert. Hey, ist ein bisschen komisch. Okay. Okay. Irgendwas falsch gemacht, wird es egal. Du hast einen Power, Sterne halt. Oha, egal. Muss ich hier alles vorlesen. Ja, du. Ich muss da immer wieder alles auf die Bank einzahlen. Ich sehe jetzt noch eine Art, ähm, flauschiges Mitbringsel dabei. Eine Wolkenblume? Ah, ne, eine Wolkenblume? Alles klar. Du trägst da ein, wie, einige ziemlich seltsame Dinge zusammen. Da, 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 da. Okay. Dann zahlen wir mal wieder was ein. Weil wir brauchen ja ganz viele Sternteile. Wenn der uns einen Bonus gibt, ist das auch gut, wenn wir ganz viel mal einzahlen. Hallo. Irgendwie ist ein Bonus von einem Sternteil. Immerhin. Ja, bitte. Ein Sternteil ist zwar nicht das krasseste, aber... Drei, sechs, neun. Pff, ist schön. Musiknode. Okay. Dann machen wir mal den nächsten Stern in... Doch, klar. Es gibt ja noch diesen Münzlummer. Muss ich dann geheimer Stern sein oder so. Okay. Wo steckt der Kapitän des Suchtrupps? Fragezeichen. Da, 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 da. Wir müssen jetzt da hinten erstmal viele wie möglich andere Münzen sammeln. Und jetzt können wir hinterher immer noch... Ich hätte es hier die ganze Zeit vergolden, wo wir es noch gar nicht geschafft haben, hier hinten einzusammeln. Dann ist die ganze Zeit weg und wir müssen es... Mr. Okay. Ich glaube, hier muss ich jetzt erstmal im... Und das hat einen vierigen Schatten, aber okay. Jetzt werde ich verkacken. Fuck! Kann ich irgendwie... Zurück zur Galaxienkarte. Ja. Muss das neu starten, ey. So eine Scheiße. Mann! Ist jetzt irgendwie ein bisschen scheiße. Bla, 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 bla. Muss ich irgendwie überspringen, das Ganze? Okay. Aber diesen... Hier nehme ich trotzdem noch mit. So. Sehr, so. Sehr schön. So. Und hier muss ich jetzt alle kriegen. Guck, ob ich den kriege. Aber kann ich ja kurz nachdem ich das aktiviert habe, noch nicht... Dinger einsammeln. Ach man! Komm schon! Oh mein Gott. Ja, aber jetzt will ich verkacken. Denn... Fuck! Das kann nicht sein! Ich bin jetzt live, Leute, aber ich lasse es jetzt drin. Erstmal. Aber es dauert viel zu lange. Ach komm! Geben wir deine Münze. Dann da die Münze. Okay. Und jetzt... Hier drin mal das Beste geben. Diese Röhre. Aber muss ich doch auch ohne diese Münzen geschaffen. Was?! Ich muss doch einfach nur im Kreis rennen, Alter! Ah, beziehungsweise im Viereck. Versuche es jetzt noch zweimal. Zwei, versuche es noch. Darauf werde ich wahrscheinlich auf die Screen machen. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh. Stimmt, deine Münze. Ich konnte den jetzt beim ersten gerade eben kacken, ey. Komm, jetzt hier. Kannst du eine fröhliche Musik dir sparen? Nicht etwas mehr Zeit geben? Okay, jetzt habe ich, glaube ich, schon verkackt, oder? Nein! Versuche es jetzt nochmal so hinzukriegen, dass wir nicht alle eingesammelt haben. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Scheiße, ey. Warum ist das denn so schwer? Warum haben die es so schwer gemacht, meine ich? Eu, wenn du jetzt weliere,